Ja, moin moin, es ist wieder Sonntag, Folge 5, 23, SoiDuriTV. Was haben wir heute? Ganz eine kurze Folge nur. Ich habe es leider nicht geschafft, mir irgendeinen Interviewpartner einzusammeln die Woche. Ja, was machen wir? Wir werden ein bisschen über das Mittwochsmalen mal erzählen. Letzten Mittwoch haben wir uns getroffen, da werde ich euch mal ein bisschen berichten. Was hat es mit der Veranstaltung auf sich und worum geht es da? Und dann natürlich die üblichen Rübrücken, die wir sonst immer haben. Nach dem Intro geht es los. Bis gleich. Ja, da sind wir zurück. Was haben wir? Wir fangen mal mit den üblichen Verdächtigen an. Erstmal, als erstes schauen wir uns die Kommentare der letzten Woche an. War leider nur einer. Wir gucken mal, was wir da haben. Und zwar hat Gnusselsongs geschrieben unter dem letzten Video. Fun Fact. Sir Arthur Conan Doyle, der Autor von Sherlock Holmes, hatte am gleichen Tag Geburtstag wie ich. Das passt natürlich. Das passt natürlich. Ja. Dann wollen wir mal weiterschauen. Wir schauen uns erstmal Social Media an, als erstes. Dafür gehen wir bei Facebook einmal rein. Klicke die Klack. So. Nee, Quatsch. Käse. Facebook. Was ist die Seite? Hobby Club. So. Dann schauen wir uns das Ganze mal an. Was haben wir denn auf der Seite? Und zwar gab es... Wir scrollen mal zurück. Da ist der Post von meinem letzten Video. Dann haben wir hier. Infinity wurde gezockt. Ein paar schöne Impressionen vom Infinity Spiel. So muss das sein. Schön viel Gelände. Nice, nice, nice. Sieht schon alles gut aus. Das sieht schon alles sehr gut aus, Freunde. So mögen wir das leiden. Ein paar Gebäude, fehlt noch ein bisschen Farbe. Aber im Großen und Ganzen sieht das doch echt gut aus. Interessant ist, wie die verschiedenen Geländetypen zusammenpassen. Das heißt, du hast von MicroArt Studio Gelände, so Systemgelände. Du hast hier aus... Sieht aus... Ich glaube, das wird Pappe sein hier unten. Du hast selbstgebautes... Das ist so ein ganz billiger Panzer unten in der Ecke, den ich mal für ganz schmalen Taler im Internet irgendwie geschossen habe. Das sieht schon alles lebendig aus. Also es passt halt alles irgendwie zusammen. Finde ich sehr, sehr gut. Sollte man gar nicht so erwarten. Ja, zum Ausgang des Spiels kann ich euch leider nicht so viel sagen. Steht hier nicht mit drin, ne? Da ist auch ein schöner Dronen-Spot da. Schön mit Unschärfe. Läuft. So, da sind wir schon einmal rum. Das war eben ein Infinity-Spiel, was gepostet wurde auf Facebook. Dann haben wir auch eine Runde X-Wing mal wieder. Der Klassiker. Wird viel gespielt. Gerade mittwochs etabliert sich gerade so ein Spieltermin bei uns. Wenn ihr also mal X-Wing zocken wollt oder auch wohl Armada, dann ist der Mittwoch ein guter Tag als Anlaufpunkt dafür. Ja, zweite Edition kann ich gar nicht viel zu sagen. Ich habe damals nur erste gespielt. Aber das System erfreut sich immer noch absoluter Beliebtheit. Macht auch Spaß. Hat immer viel, viel Spaß gemacht. So. Viel mehr haben wir leider gar nicht. Dann gucken wir mal auf der Kollege-Webseite. Blub. Haben wir da irgendwie einen Post? Nee, da ist auch mein Artikel der letzte. Leider nicht. Also wie gesagt, wenn ihr Bock habt, einen Blogartikel zu schreiben, ihr habt alle die Rechte dazu. Also alle Vereinsmitglieder können Blogpost schreiben. Da gehen wir redaktionell einmal drüber, damit das optisch in das Seitendesign passt. Also haut da einfach euren Text rein. Wir veröffentlichen das dann. Wenn sich jemand berufen fühlt, mit Moderator auf der Webseite zu machen, also wirklich die Webseite mit betreuen will und mich dabei unterstützen möchte, darf sich gerne bei mir melden. Fett so über Discord. Einfach eine PM schreiben. Dann lade ich dich zu ein. Wir sprechen uns ein bisschen durch. Ich zeige dir das gerne alles. Dann freue ich mich immer über Hilfe. Dann, weil wir heute nur eine echt kurze Folge mal machen, gehen wir mal auf die Termine ein. Bevor wir jetzt allgemein die Termine machen, habe ich noch ein paar Bilder für euch. Und zwar vom letzten Mittwochsmalen. Also ich und Nithöck haben uns getroffen im Clubraum fürs Mittwochsmalen. Findet jetzt alle 14 Tage im Clubraum statt. Ich zeige euch da mal ein paar Impressionen, was wir so gemalt haben. Das war jetzt von Nithöck eine Figur. Das ist Infinity. Ich habe ein paar Full-Thrust-Schiffe angemalt. Ich bin leider nicht fertig geworden. Ich habe zu viel gesabbelt. Das heißt, ich habe nur die grauen Akzente malen können. Wie gesagt, Full-Thrust ist echt winzig klein. Hier nochmal von Nithöck die Infinity-Figuren. Irgendwie habe ich ein bisschen gefailed beim Fotografieren. Ein bisschen unscharf. Hier nochmal das Bild von eben. Dann haben wir hier ein Tankschiff von meiner NSL-Flotte. So, bevor ihr mich jetzt blamt. Ja, ich weiß. Ich habe absolut kein Skill in Freehands. Null. Absolut null. Das ist, wie gesagt, meine Pinsel scheiße. Und ich kann das auch nicht. Das ist so winzig klein. Und dann auf gewölbter Oberfläche. Ich habe es echt nicht gut hinbekommen. Da bin ich echt am überlegen. Das werde ich wohl nochmal machen. Mal gucken, ob ich das beim zweiten Anlauf ein bisschen besser hinkriege. So, dann haben wir hier nochmal weiter Infinity. Das Gruppenbild nochmal. So, wie gesagt, das ist unser Mittwochsmalen. So, zum Mittwochsmalen möchte ich euch ein bisschen was erzählen. Und zwar, wenn wir schon kein Interview haben, können wir da ein bisschen drauf eingehen. Das Mittwochsmalen ist ein besonderer Maltag, den wir im Clubraum einrichten, der für Clubraummitglieder natürlich dann offen steht. Oder eben als Probemitglied. Wo wir uns zusammenfinden wollen und wollen gemeinschaftlich an unseren Armeen malen. In netter, geselliger Stimmung. Bei einem Plausch. Das ist immer ganz nett. Meistens wird parallel, findet immer eine Rollenspielrunde statt. Oder es wird so ein bisschen X-Wing gespielt, weil das eben halt auch Mittwochs ist. Von daher ist das immer ganz nett. Man kann sich da auch mal ein Rat einholen. Für diejenigen, die da Bock drauf haben, uns da mal zu besuchen. Im Moment sind wir nur zwei immer gewesen. Das habe ich auch jetzt gerade erst wieder gestartet, das regelmäßige Mittwochsmalen. Schaut gerne rein. Stoßt zu uns. Bringt ein paar Farben mit, was zu malen. Oder kommt auch einfach nur zum Schnacken und zum Klönen über Bemalung vorbei. Dabei ist es egal, ob ihr Miniaturen anmalt, ob ihr ein Rollenspielheft gestaltet. Also ob ihr euren Charakterbogen gestalten wollt. Also malen im weitesten Sinne. Erst oft Waffen painten. Wobei das da schwer geht, weil ich Brühdose. Aber hat es mit Farbe zu tun, passt es da rein. Oder ihr kommt eben halt einfach nur auf eine Runde quatschen vorbei. Und wir freuen uns immer, wenn der eine oder andere sich da noch mit blicken lässt. So, jetzt letzten Mittwoch war das. Das heißt, übernächsten Mittwoch findet das das nächste Mal statt. Sehen wir gleich im Kalender. Wie gesagt, wenn ihr Bock habt, schaut gerne vorbei. Und kommt mit zum Mittwochsmalen. So, das so ein bisschen im eigenen Interesse. Jetzt gehen wir noch zum Abschluss. Gehen wir noch ganz kurz auf die Termine der kommenden Woche ein. So, wir haben heute den Fünften. So, am Montag haben wir nichts. So, am Dienstag, 7. Februar, haben wir die Südmeerrunde. Um 19 Uhr wird da DSA gespielt. Am 8., das ist der Mittwoch, haben wir einmal X-Wing auf dem Programm. Ab 18 Uhr wird im Clubraum da mit den Schiffchen in der Gegend rumgeflogen. So, um 20 Uhr kommen die etwas kleineren, aber dafür eigentlich technisch gesehen, größeren Pötte aufs Spiel. Denn wir werden eine Runde Full Thrust machen. Das heißt, ab 20 Uhr spielen wir Full Thrust im Clubraum. Wenn ihr euch das Ganze einmal anschauen wollt, sowohl X-Wing als auch Full Thrust, kommt gerne vorbei. So, also zum Schauen braucht ihr gar keine Mitgliedschaft. Ganz wichtig, nur wenn ihr aktiv spielen wollt, erst dann braucht ihr eine Solduri-Mitgliedschaft. So, am Donnerstag haben wir nichts. Wobei, am Dienstag und am Donnerstag gehe ich davon aus, dass wir wieder unser Infinity-Fire-Team-Event haben. Das heißt, ich vermute einfach mal, das Event kommt jetzt noch nachträglich. Das war letzte Woche auch so, dass das dann erst eingetragen wurde. So, am 10. haben wir einmal die G7-Runde. Um 19 Uhr wird da DSA gespielt und gegen Borbarat gefochten. Um 19 Uhr haben wir wieder den Brettspielabend im Solduri-Clubraum. Um 19 Uhr ist eine Runde Gaslens angesetzt. Also Matchbox-Autos, kleiner Maßstab, hatten wir in einem der früheren Videos. Könnt ihr mal ein paar Geschichten zurückblättern. Dann seht ihr das, könnt ihr euch mal angucken, wie Gaslens aussieht. Dann, auch um 20 Uhr, wurde ein weiterer Full Thrust-Termin eingestellt. Wintermute will da ein kleines Szenario spielen, 1500 Punkte. Ich weiß noch nicht, ob ich Zeit habe, aber vielleicht wird er ja einen Mitspieler finden. Im Moment, man kann sich gar nicht eintragen. Aber sonst einfach Wintermute antickern. Dann haben wir den Freitag durch. Am 11. ist um 14 Uhr eine Runde Pathfinder. Das heißt, auch Pen & Paper Pathfinder, ganz nettes System. Dann am Sonntag, den 12. Februar, steht die Egregios-Gruppe an. Und DSA wird da abends ab 19 Uhr, wird da Egregios gespielt. So, das war es schon mit der Woche. Gefühlt kommen wieder mehr Termine rein. Das finde ich sehr gut. Wenn ihr eure Termine eintragen wollt, macht das bitte. Ihr müsst gar nicht groß mit Kalender machen. Es wäre schön, dann können wir hier vorstellen, was denn überhaupt gespielt wird. Also, neben diesem ganzen Kram wird natürlich noch deutlich, deutlich, deutlich mehr gespielt. Es ist leider nicht alles eingetragen im Kalender. Oftmals wird halt auch vielleicht privat gespielt. Auch das ist gegebenenfalls nicht im Kalender. Wenn ihr so ein Event habt, tragt das trotzdem gerne ein. Dann können wir ein bisschen vorstellen hier bei Sorduri TV, was denn alles bei Sorduri gespielt wird. So, kleiner Ausblick auf quasi die kommende Woche. Am 19. werde ich für euch auf der Hamburg Taktiker unterwegs sein. Und dann wollen wir mal gucken, was nach langer, langer Zeit die Hamburg Taktiker mal wieder bereithält. Ja, schauen wir mal. Ja, das war es bei einer ganz kurzen Folge Sorduri TV am Sonntag. Ich schaue mal, dass ich am Mittwoch mir einen X-Wing-Spieler schnappen kann für ein Spielsystem-Interview. Oder vielleicht auch noch ein Rollenspiel-Interview führen kann mit jemandem über die Woche. Dass wir nächste Woche weitermachen können mit den Spielvorstellungen. So, ja, alles klar. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntagabend. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Sorduri TV am Sonntag. Bis denn. Tschö, tschö. Ich bin raus. Tschö, tschö.